Da sind wir wieder. Hallo zu einer neuen Ausgabe von TechJagg. Nach den spannenden Einblicken bei TV2 Dänemark und RTL 2 richten wir dieses Mal unser Spotlight on Helmut auf das Redaktionsschnittsystem beim Mitteldeutschen Rundfunk. Wie die letzten beiden Male geht es auch jetzt um die Projektmanagement Software Helmut, die Lösung zur effizienten Verwaltung von Schnittprojekten in professionellen Videoproduktionsumgebungen mit Adobe. Der MDR hat darauf basierend neue Arbeitsabläufe für seine Redakteure entwickelt, die für die ARD insgesamt innovativ sind. Und das wollen wir uns heute näher ansehen. Wir freuen uns über unsere Gäste vom MDR Thorsten Hoffmann, Projektleiter beim MDR und Markus Schiro, Cutter und Projektmitarbeiter rund um das Redaktionsschnittsystem RSS. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Nachrichten, Sport, Kultur, Unterhaltung, Audios und Videos aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und der Welt, das bietet das MDR-Programm in Radio und Fernsehen. Bekannte Marken wie das Magazin. Brisant werden vom MDR für das Erste produziert. Thorsten, im linearen Bereich arbeitet ihr mit Avid. Wir schauen heute aber auf einen Bereich, wo ihr schon früh auf Innovation gesetzt habt. Euer Redaktionsschnittsystem RSS basiert nämlich auf Premiere und Helmut. Beschreibt doch mal ganz kurz, wie es dazu kam. Also es bestand bei uns einfach der große Bedarf, weitere Online-Produkte zu produzieren. Und unsere klassischen Podcast-Schnittplätze waren halt immer ausgelastet gewesen oder stark ausgelastet gewesen. Und wir waren auf der Suche nach einer flexiblen Lösung, um Beiträge schnell und unkompliziert auch produzieren zu können. Und wir waren auf der Suche gewesen nach einem einfachen Videoschnitt für Journalisten. Sie sollten halt an ihren Arbeitsplätzen selbst kleine Beiträge erstellen können, vorhandene Filme kürzen oder abklammern. Und es sollte ein Angebot an die Redaktion sein für nicht-zeitkritische Sendungen. Das waren sehr wichtig. Ohne Disponierung wie an einem klassischen Broadcast-Schnittplatz. Und es sollte auf alle Fälle einen Mehrwert darstellen zu den vorhandenen Schnittplätzen und diese halt nicht ersetzen. Und so kam es halt zum RSS, zu unserem Redaktionsschnittsystem seit 2015 jetzt in Betrieb. Damals auf Basis Adobe Premiere mit Adobe Anywhere. Quelle und Ziel ist nach wie vor unser MAM-System, das VPMS-System. Und seit 2022 haben wir jetzt auf Helmut umgestellt. Und der erste Kontakt mit der Firma Moved war aber schon damals in den frühen Jahren 2015 für die erste Integration. Markus, zu dir. Du warst von Anfang an als Projektmitarbeiter an Bord und führst auch die Schulungen mit dem Redaktionsschnitt RSS durch. Ihr denkt ja ganz klar von den Nutzern aus. Also alles so einfach wie möglich halten, oder? Ja, genau. Das ist bei uns die Besonderheit, dass eben redaktionelle Mitarbeiter mit dem Schnittsystem arbeiten und keine ausgebildeten Cutter. Das heißt, das Personal, was damit arbeitet, hat keine dreijährige Ausbildung, sondern nur einen dreitägigen Grundkurs zum Thema Schnitt erhalten. Somit haben wir alle Bearbeitungsprozesse vereinfacht. Es ist so, dass die Redakteure ihr Material, ihre Videos zusammensuchen im Content-Management-System. Das ist ein System, was sie schon kennen. Von dort aus schicken sie die Videos dann Richtung RSS. Dann öffnen sie Helmut. Dort haben sie Kategorien nach Redaktion. Das heißt, sie suchen sich ihre Redaktion aus, erstellen ein neues Projekt. Mit dem Projekt kommen dann auch alle Grafik- und Schriftvorlagen mit in das Projekt rein. Und aus Helmut heraus starten sie dann Adobe Premiere. Beim Start von Premiere haben wir einige Helmut-Workflows im Hintergrund laufen. Das heißt, dass da zum Beispiel ein zentrales Nutzerprofil mit rüberkopiert wird. Wir haben uns von Anfang an dazu entschieden, dass alle User mit dem gleichen Tastatur-Layout und Fenster-Layout arbeiten. Und das führt dazu, dass wir den Support relativ einfach halten können, weil wir wissen, wie die Kollegen an der Stelle arbeiten. Dann haben sie Premiere geöffnet. Da ist es dann so, dass sie eine relativ saubere, reduzierte Benutzeroberfläche vorfinden. Das heißt, wir haben dort Funktionen, die unsere User nicht brauchen, zum Beispiel Multikameraschnitt, entfernt und haben nur Funktionen offengelassen, die für unsere User wirklich relevant sind, um eben Fehler zu vermeiden. Dann importieren sich die Redakteure ihr Material über das MDR-Brouse-Panel, legen sich dann eine neue Sequenz an. Auch bei der Sequenz-Erstellung haben wir ein bisschen Hilfe gegeben. Das heißt, wir haben dort an der Stelle Vorlagen erstellt mit einem Audio-Routing, womit dann die Redakteure ohne großes Audio-Wissen eine Sequenz nach den Vorgaben Sendeton und E-Ton, also insgesamt vier Tonspuren, erstellen können. Dann reichern sie ihr Material noch mit Grafiken an. Auch da haben wir Presets. Und am Ende exportieren sie ihr Video wieder ins CMS zurück oder lokal auf den Schnittplatz und haben da im Prinzip nur ihre Vorgaben, die wir ihnen gegeben haben und müssen nicht aus 50 verschiedenen Export-Presets auswählen. Und wenn unsere User am RSS dann doch mal eine Frage haben oder nicht weiterkommen, dann haben wir ein Support-Konzept. Das heißt, wir haben immer mittwochs professionelle Cutter, die Ansprechpartner sind und die dann eben auf Fragen reagieren können. Und ansonsten haben wir Schulungsvideos erstellt und auch ein sehr umfangreiches Handbuch. Thorsten, zurück zu dir. Das Redaktionsschnittsystem hat sich im Laufe der Jahre ja so richtig entwickelt. Los ging es als, ich sag mal, Werkzeugkasten für Redakteure. Was ist es heute? Was kann es heute? Also seit der Umstellung auf Helmut im Jahr 2022 haben wir tatsächlich sehr viele neue Möglichkeiten jetzt, die wir den Redaktionen und Anwendern halt anbieten können. So kann der Redakteur jetzt bei der Projekterstellung seine Redaktion auswählen bekommen, die entsprechende Sendung schon präsentiert. Im Hintergrund werden die entsprechenden Vorlagen halt geladen, die er dann sofort verwenden kann. Das setzt natürlich voraus, dass diese Vorlagen halt auch gepflegt werden. Dafür haben wir organisatorisch unser RSS-Support-Team am Start, die sich da regelmäßig drum kümmern. Das Thema Grafik- und Schriftvorlagen hat für uns eine sehr große Bedeutung bekommen, weil wir jetzt die Verpackung der Schnittprodukte im Schnitt selber machen und das Ganze nicht irgendwo am Sendeausgang klassisch in der Grafik stattfindet. Da setzen wir massiv auf Motion-Graphic-Templates, die vereinfachen und beschleunigen unsere Beitragserstellung halt. Wir haben fertige Vorlagen für Opener, Trenner und Closer. Sie müssen nur den Text ändern. Wir sind offen für verschiedene Bildzeitenverhältnisse jetzt geworden. Wir haben das Thema Housekeeping sehr flexibel aufstellen können, wann werden welche Projekte gelöscht. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt auch direkt zu unseren Online-Redaktionen zu exportieren mit Untertiteln. Thorsten, der Erfolg lebt davon, dass ihr von allen Nutzern, immerhin habt ihr bereits über 500 Menschen darauf geschult, Feedbacks bekommt. Gib mal ein, zwei Feedbacks, die ihr erhalten habt. Also was immer wieder an uns herangetragen wird, ist, dass es halt eine sehr gute Entscheidung war, dass die Redakteure in ihren Schulungen von echten Cuttern geschult werden. Das hilft unheimlich, weil die Cutter da entsprechend auch die Praxiserfahrung mitbringen. Und das spüren auch unsere Anwender, dass sie da in guten Händen sind. Und was auch ein zweites tolles Feedback ist, was wir bekommen, ist, dass unser RSS-System halt in die vorhandene Produktionsumgebung integriert ist. Das heißt, sie benutzen ihre Schnittumgebung in ihrer vorhandenen Bürowelt und können somit ihre Standard-Applikation auch weiter benutzen, müssen keine separaten Festplatten irgendwas anschließen und können sofort an ihrem Arbeitsplatz loslegen. Im Dialog mit eurem Dienstleister Movit ist auch das Browse-Panel entstanden. Entwickelt für die Erfordernisse beim MDR und sozusagen Herzstück und libero in eurem Workflow. Erklär mal. Also das Browse-Panel, oder wir nennen es auch MDR Browse-Panel, ist bei uns seit Anfang an mit Bestandteil des RSS-Systems. Das ist eine kundenspezifische Lösung, die uns damals die Firma Movit für den MDR programmiert hatte. Technisch gesehen ist es ein HTML5-Panel, was sich nahtlos in Adobe Premiere einfügt. Der Anwender merkt unter Umständen gar nicht, dass es sich hier um ein anderes Stück Software handelt. Und es bildet für uns eine Zwischenschicht oder eine Mittelwehr zwischen unserem MAM-System und Adobe Premiere und wird bei uns vorwiegend für den Immunexport eingesetzt. Das Ganze ist an unseren Metadaten-Workflow angepasst und so wird zum Beispiel ein eindeutiger Sequenzname vergeben, der halt über das Browse-Panel da noch mit angeboten wird. Auch nach der Integration in unser Helmut-System nutzen wir es wie gesagt weiter, diesmal aber auf einer komplett neuen technologischen Basis. Und so wurde uns von der Firma Movit das Ganze auf einer Docker-Plattform halt aufgesetzt. Was machen wir jetzt im Detail mit dem Browse-Panel? Wir haben einmal einen Importbereich. Dort habe ich halt die Möglichkeit, entsprechend meine Warenkörper zu importieren. Das wird Proxy-Video generiert. Ich kann Templates von Schnittsequenzen auslegen, die der Anwender sich da aussuchen kann, wo zum Beispiel schon das feste Audio-Routing hinterlegt ist. Und ich habe die Möglichkeit, im Exportbereich einen Export zurück in unser MAM-System halt vorzunehmen. Bin gezwungen, noch gewisse Pflichtmetadaten einzugeben, habe eine Verbindung zu unserem Redaktionsplanungssystem. Und wenn gewünscht, habe ich auch die Chance, lokal zu exportieren, um dann entsprechend andere Wege mit dem exportierten Material zu beschreiten. Markus, da sind Video und IT offensichtlich bestens vernetzt. Und was man dazu sagen sollte, ihr arbeitet in einem ganz normalen Windows-Büronetzwerk. Ganz genau. Also unsere Schnittsysteme, Redaktionsschnittsysteme, befinden sich ja direkt in den Büroräumen der Redaktion. Und die Redakteure wollen natürlich auch ihren normalen Werkzeugkasten, sprich Outlook, Open Media und MS Teams nutzen. Und das geht natürlich nur im Büronetzwerk. Jetzt haben wir hier die Besonderheit im MDR oder die Herausforderung, dass wir neben dem Büronetzwerk noch das Fernsehproduktionsnetz haben. Das ist das Netz, wo sich unsere Videos befinden, die wir natürlich bearbeiten wollen. Und jetzt müssen wir natürlich die Videos von einem Netz ins andere bekommen. Und das machen wir auch über den Helmut-Workflow. In dem Fall wandeln wir unsere Hi-Res-Daten aus dem Fernsehnetz in Proxy-Daten. Dafür haben wir vier Renderer mit insgesamt jeweils vier FF-MPEG-Instanzen. Und somit können wir eben Proxy-Video direkt im Büronetzwerk bearbeiten und sparen dadurch enorm Bandbreite, können direkt in den Büroräumen arbeiten. Und vor allen Dingen, was ein Riesenvorteil ist, wir können zum Beispiel für Updates die normalen IT-Rollout-Prozesse nutzen. Lass uns doch schnell einen Ausblick wagen. Mit dem Redaktionsschnittssystem RSS seid ihr einen neuen Weg gegangen und es wird richtig gut angenommen. Auch für Audio, Online, Social Media und sogar für Projekte im linearen TV gibt es Interesse. Was könnt ihr euch denn in Zukunft vorstellen? Also wir planen gerade ganz konkret, wie wir Helmut und Adobe Primera für noch weitere Sendungsformate einsetzen können. Dafür befinden wir uns auch im Austausch mit anderen ARD-Anstalten, die ähnliche Herausforderungen schon gemeistert haben oder noch dabei sind. In diesem Zusammenhang sind wir dabei, auch eine gemeinsame oder eine Hardware-Konfiguration zu schaffen, mit der wir alle Schnittaufgaben bewältigen können. Und unser erklärtes Ziel ist es dabei, einen broadcastfähigen Adobe Primera-Schnittplatz im MDR zu etablieren. Im nächsten Schritt werden wir einen zentralen Hi-Res-Speicher im MDR aufbauen, der auch mit Zugriffen aus dem Büronetzwerk zurechtkommen werden soll. Und wir planen eine tiefere Integration in ein neues MAM-System, was sich auch in Planung oder schon im Aufbau befindet und erhoffen uns davon auch Synergieeffekte, weil wir dort mit einem neuen Hausformat und einem neuen Proxy-Standard noch effektiver arbeiten werden können. Und ganz zum Schluss auch ein wichtiges Ding, wir suchen auf der Suche noch nach einem professionellen Nachvertonungs-Workflow mit unseren bestehenden ProTool-Systemen. Es ist Tradition bei uns, dass wir am Ende auf unser Satzergänzungsspiel setzen. Ich beginne den Satz und ihr bringt ihn zu Ende. Markus, der Hauptnutzen von Helmut beim MDR ist, dass wir durch die Reduzierung der technischen Hürden ohne großen Schulungsaufwand ein Schnittsystem für viele redaktionelle Nutzer anbieten können. Das möchte ich auch von dir noch ergänzt haben, Thorsten. Der Hauptnutzen von Helmut beim MDR ist? Auf alle Fälle Zuverlässigkeit, da das Helmut-System mit Premiere bei uns ein etabliertes Arbeitsmittel ist und wir wöchentlich 250 bis 300 exportierte Produkte pro Woche produzieren. Thorsten, last but not least, die größte technische Herausforderung in der Postpro ist derzeit? Auf alle Fälle eine Reaktion auf sich immer schneller ändernde Anforderungen. Es bleibt also spannend. Danke an Thorsten Hoffmann und Markus Schiro vom MDR. Danke, tschüss. Das war unser drittes Spotlight on Helmut. Ihr dürft schon gespannt sein auf unsere nächste Folge von TechJag. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.